Guten Tag meine lieben Damen und Herren und willkommen zu einer neuen Folge Bad Wars. Heute zusammen mit Professor Klapsbaten. Tag, Tag. Andi, Zuschauer von Atos LP. Genau so sieht es aus. Link von ihm in der Beschreibung. Genauso wie zu diesem wunderbaren Server hier. Wir sind auf BucketGames.com. Donkey. Donkey, wie der Esel. Donkey Games heißt das. Öffentlich für die Community seit heute? Ja, seit heute wirklich öffentlich noch nicht. Der Server läuft derzeit noch über eine Whitelist. Und man kann sich nur auf diese eintragen, wenn man eine Wildcard hat. Die bei mir in der Beschreibung einmal ist, damit ihr euch so ein geiles Stück abgrabbeln könnt. So ein paar grundlegende Sachen. Der Server ist gegründet von Kunga, JB und Zander. Und das sind drei richtig sweet boys. Richtig sweet. Richtig sweet. So wie du. Meine Sonnenbrille auf. Ne, muss im Moment. Ich muss eben meine Sonnenbrille anziehen. Ihr müsst ja wissen, er hat eine Sonnenbrille dabei. Der Cheater. Ich bin immer dabei. Und ich kaufe mir hier im Eselshop ein bisschen Fleisch. Fleisch klingt immer gut. Wir haben ja ein Fleisch. So. Die Frage ist jetzt, bauen wir uns... Ja, lass uns über die Eiseninsel nochmal dorthin bauen. Wir bauen uns über die Brücke von Gelb dahin in die Mitte. Weil in der Mitte gibt es nicht nur Gold, sondern auch Netherstars. Leute, die roter fallen so wie ich. Denn in der Mitte gibt es Netherstars. Ihr seht hier unten diese grünen, wunderschönen, hübschen Zahlen. Und das ist der Timer für unser Bett, wann es explodiert. Und das müssen wir verhindern. Und das verhindern wir, indem wir es mit einem Netherstar anklicken. Genauso wie es Rot gerade getan hat. Mit ein paar Netherstars. Ich merke gerade, ich habe gar keine Rüstung mitgenommen. Wäre schön, wenn du mir ein bisschen Rüstung vorbeibringst. Immer wenn ich schon fast wieder da bin, muss ich wieder zurücklaufen. Denkst du, ich denke an sowas? Ich eben auch nicht. Aber das ist hier auch cool gemacht, dass man... Wow, ich habe vier Minuten. Dass man das hier nicht unbedingt in die Dings ziehen muss. Erst ganz in den Shop reinziehen muss. Sondern dass man einfach raufklicken kann. Und man die Sachen dann kaufen kann. Das finde ich echt super. Ich finde es super, dass wir jetzt vier Minuten extra haben. Meinst du nicht eher sechs? Meinst du nicht eher sechs? Nee, vier. Ja, aber wir kriegen plus vier Minuten, meine ich. Wir sind blau, oder? Ja. Sind wir sicher, dass wir nicht sechs haben? Ach, nee, jetzt nicht mehr. Ja, wir haben noch zwei dazugekriegt. Ich kämpfe mal hier ein bisschen beim Eisen. Spitzacke kaufen. Brauchen wir nicht noch eine Eisen. Boah, was soll denn das hier? Hätten dicht gemacht. Was? Nach oben hin. Damit die nicht direkt hinlaufen können und unser Bett abbauen können. Wie in einer der letzten paar Runden. Ja, stimmt. Das war schon ein bisschen... Wir nehmen jetzt schon die fünfte Folge. Ja, fünfte. Das kommt ungefähr hin. Folge auf. Entweder hat es nicht geklappt oder es hat nicht geklappt. Es hat einfach gar nicht geklappt. Ja. Oh nein. Ich hoffe, meine ich steht jetzt nicht zu laute in meiner Aufnahme. Normalerweise sind die Leute immer alle zu leise in meiner Aufnahme. Das wird sich jetzt ändern. Joa. Hab ich irgendwann das Gefühl? Da musst du bei mir rechnen. Ich bin ab und zu mal ein bisschen... ich hab zwei Minuten extra die Gelben habe ich übrigens mit dem Baum gemacht dort grün ist recht hoch und das Bett ist weg das ist super ich will noch mal rüber zu grünen und so dass ich den Tüte wo es wollte eigentlich Gold Gold ich weiß ich hab keine Ahnung das kommt da glaube ich oben vielleicht ja oben ist alles voll von Gold gelb 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 nein und jetzt noch ein Gelber muss aufpassen jetzt nicht aufpassen ich muss es nur wissen ein halbes Stack und das ist nice da können wir ordentlich einkaufen gehen mit ähm ähm ich komm mal wieder zurück ich hab vier Stars vier Extraminuten für uns ja wow ich hab beinah runtergefallen ja ok ich höre jetzt noch mehr äh Finger bleib doch direkt hier ich kauf jetzt hier uns ein ähm erst mal ich äh sterb lieber vorher damit ich mehr was davon hab da freu ich mich mehr ja oh oh Mann da bin ich so kacke und steh mal runter warum damit ich unser Bett verlängern kann in vier Minuten ja genau in der Truhe habe ich schon was für dich rein getan oh oh ein Geschenk für mich wow so ähm das ist so lieb von dir ich möchte es so machen ähm hier warte du kriegst den 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 weil wär nicht schlecht ach ja warte hier ja die muss man ja auch so ich pack mal alles was ich überhabe hier in die Kiste rein ja ja herr menu aha das ist nice ja vor allem wie ihr da in den Broadcast bingen sieht das Server ist halt noch nicht ganz fertig und deshalb gibt es ab und zu auch mal äh restart der uns gerne mal aufnahmen kaputt macht ich hab grad richtig schon weggefickt beim laufen dieses zettel sich als michael das finde ich nicht so schön keine ahnung wahrscheinlich weil du nicht äh wirklich aktiv gemacht hast du hast zwar aktiv gemacht aber kommt da von da und stimmt der ohne witz der hat sich einfach geportet ich hab ihn zurückgeschlagen und äh er hat einfach keinen knockback äh gehabt Entschuldigung hier oben ist Gold wieder das ist jetzt einfach der Kaktus kaputt rüber läuft ähm wir sollten gucken wie Ender Chests müssen hier von gelb kommt einer von gelb kommt einer zu mir ja in die Mitte ich hab nochmal zwei extra Minuten für uns ich weiß gerade nicht wo gelb sitzt weder kommt doch keiner oh wir haben wir haben wir sind gut dabei wir sind echt gut dabei wir sind die besten nein nein und jetzt bin ich der beste rot sollte jetzt langsam versuchen hier hin zu laufen gelb kommt äh einer zu uns aber der hat so gut wie nichts hoffe ich zumindest der hat sich versucht rüber zu bauen ich wollte ihn runterschlagen aber dann bin ich irgendwie runtergerutscht ja pack doch die Legs des Todes aus geh weg Kollege du brauchst eine Spitzhacke damit du zu uns kommst Mann das sah so stuf aus alter das sah mega geil aus kippt einfach vor dir rum ja ich hab Gold äh Gold für dich oh das ist nice das wäre sehr nice hier warte ich pack's in die Truhe geh raus schon ne Zeitverlängerung für uns ne ich hatte eine dabei achso ne ich hab äh erst welche reingetan wir haben einfach 10 Minuten ich geh wieder in die Mitte verteidigen ja ich kauf mir jetzt erstmal hier ein äh hatte der unser Eisen oder hast du das äh ne scheiße sie ist einer in der Mitte er klaut sich gerade äh Minuten muss ihn da weg snipen scheiße ne das sind zwei Minuten für gelb wieder ne er hat die Minuten gar nicht mitgenommen vielleicht hab ich jetzt einfach 6 Minuten da ist ein gelber ja sehr sehr geil alter das ist ja ein gelber bei dir ja ja ich weiß der wird unser Bett abbauen scheiß im Dreck nein ich lauf weg ich lauf weg ich lauf weg ich lauf weg der ist ein grüner du musst doch sagen dass ein gelber zu uns kommt ich hab's nicht gesehen aber du sagst doch da kommt ein gelber und ich bin runter gefangen boah was ist denn heute los wenn ich fall immer runter und dann sterbe ich dann oh man ähm gelb hat noch das Ding hat noch ein Bett soll ich jetzt zu uns gehen und mir noch was machen ich hab eigentlich alles ich geh jetzt gelb ich geh jetzt gelb ich geh jetzt gelb ohhhh ey ich bin los ey ich bin ohhhh nein ich bin runter ge... ja ich wurde wieder nach oben gebackt nein ich wurde schon wieder runter gefallen und wurde nach oben gebackt ach ich bin tot oh mann ah egal das war ne geile runde wir hoffen das hat euch gefallen das war knapp tschi 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 ach der grüne lebt noch what ja der grüne lebt noch hey ich hab den doch getötet der hat doch gar kein Bett mehr ok ok das muss ich nicht verstehen oder egal also dann bis zur nächsten Folge das waren jetzt chillige 14 Minuten leider nicht gewonnen aber schaut mal unten in die Beschreibung zu dem Klappspaten und vielleicht gibt es auch eine Überraschung ja und schreibt unten in die Kommentare einen Kommentar damit ihr einen schönen Code bekommt damit ihr hier auch spielen könnt hm und ja dann tschau bis zum nächsten Mal mit dem lieben Klappspaten tschüss 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 tschüss